Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Return to Monkey Island, oder ein Abo oder ein Daumenloch, umso natürlich wie immer umsonst, und wir lassen jetzt den armen Herman hier zurück. X, Y, Z, Z, Y. Tschüss, Herman. Well, das war nicht so hart. Was ist mit Mr. Toothrot? Wann? Habt ihr ihn aus der Kaffee? Wie hast du es gemacht? Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Es ist ein bisschen schrecklich, aber trotzdem eine der schönsten Schlüsse, die ich noch nie gesehen habe. Threepwood, lebend? Wie ist das möglich? Niemand sah ihn mit einem alten Kronen, auf Lowe Street. Ich habe es selbst festgestellt. Ich bin mehr über die Kronen als Threepwood. Wer ist sie? Es ist nur ein kleines Kronen. Es geht nicht um sie. Ich habe sie. Excellent. Sie hat eine Kronen an. Eine große, große, golde Kronen. Willst du es? Nein, nein. Wir brauchen keine Kronen. Wir haben eine bessere Weise. Wir stellen es dort, wo Threepwood wird es nicht bekommen. Wie? Ich bin nicht egal. Use deine Erinnerung. Ja, Captain. Jetzt! Ich habe eine andere Aufgabe für dich. Du musst ein paar Dinge aus unserem Schiff aufnehmen. Also wird es auf dem Schiff versteckt. Vermutlich. Es ist wie eine langsame, kraschende Waffe von Sporen. Aber hier war bisher noch nichts. In all den schlimmsten Plänen, es gibt Muscheln. Das ist das verwirrende, weil ich glaube, hier haben wir nichts gesammelt. Hier hatten wir die Lampe herbekommen. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon was bekommen. Was schon mal gut ist. Hier haben wir glaube ich auch nichts bekommen bisher. Hier hatten wir irgendwas bekommen. Schlüssel hatten wir bekommen. Den Schlüssel hatten wir hierher. Aber es gibt halt noch Orte, da haben wir nichts bekommen. Entweder sind das einfach nur Orte, wo man nichts bekommt. Oder... Ich weiß es nicht. Wir können vielleicht bei den Dornen hier was abschneiden. Nein. Hm. Hm. Ja, gut. Okay, wir gehen den Esswettbewerb machen. Ich denke, das mit dem Pfeffer könnte eine gute Idee sein. Ich hoffe, die Fische haben sich jetzt noch nicht geändert. Nein. So, das heißt... Ah, wir geben sie ein bisschen Zipp. Das Problem ist, jetzt kann ich sie auch nicht essen. Aber vielleicht stirbt sie jetzt. Wenn du jetzt essen würdest, selektest du deinen ersten Fisch und sie auf die Pfanne in fronten dir. bitte, einfach... Ach so, die Zippe! Und jetzt, die Zippe geht! Ja. Oh! 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 Was sollen jetzt denn beide das haben? Ich habe es falsch gemacht. Ich hätte das im Eimer des Dings drauf machen müssen. Okay, ich brauche neun. Ich brauche neue Fische. Ich habe es verkackt. Ich brauche... ne Salz habe ich noch. Also Dämonenpfeffer. Okay, ich habe es verkackt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nicht abschalten, bitte. Nicht abschalten. Ich habe es nur ganz kurz verkackt. Ich kriege es hin. Hallo. Das ist die. Die kriegen jetzt das Beste. Die kriegen jetzt... Die kriegen jetzt die verseuchten Fische wieder. Ich finde das super. Ich möchte eine neue Box von Toadfisch. Dann kriegen wir die alten. Da, bitte sehr. Ich werde es auf deinem Tab. Danke. Und die andere Person, die jemals diese Fische holt, die wird sich sehr wundert über den Geschmack dieser Fische. Ah, herrlich. So. 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 Oh. Oh. Weis- Oh. And now let. 2 Bites? Das ist mehr als sie, oder? Ich kann das aufhören? Ja, du kannst es aufhören, wenn du möchtest. Meine Damen und Herren, dein neuen Champion von Hardinness mit 2 Bites zur Queen Swad ist Mr. Threepwood! So, ersten Wettbewerb geschafft. Ein Drittel zum nächsten Schlüssel. In der Zwischenzeit. Oh, Elaine. Ich kann's euch nicht sagen, wie glücklich ich dich zu sehen. Assumieren, dass du real bist, natürlich. Nur weil ich es sehen kann, das nicht wirklich bedeutet, dass du real bist. Punkt in Punkt. Du wirst niemals wissen, wer ich hier in der cave war, zuhören, meine Goldein-Key. Aber dann, er hat er einfach vergesst. Das ist etwas, was die Hallucinationen machen, die reale Menschen nicht. Aber wenn ich das glaube, wo ist diese Key? Ich habe es hier. Und es gibt nicht so viele, wo es ging. Eieieiei, was da noch passieren wird. Ich würde gerne wissen, was wir hier machen müssen. Frau und Frau, für eure Aufmerksamkeit präsentieren wir, für nur die 11. Zeit diese Woche, den Konzess der Serienz. Auf dieser Seite, die reingende Queen, Odina IX von Bermuda. Und auf dieser Seite, die Challenger. Guybrush Threepwood, Esquire. Currently unemployed, und of no fixed address. Wenn Sie alle kommen, der Konzess beginnt. Die erste Konzessin zu laugh, ist die Loser. Die Lose. Die Lose von der Mann, über die Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, Er sagen Sie es sollten. Aber es kann sich auch etwas machen. Hmmm... Warte mal, habe ich nicht einen Witze? Ich hätte ein Buch, aber ich... Aber die Gedichte, die wären ja schon, also... ...so schlecht wie die sind. Hm... Ich brauche einen wirklichen Marketing-Expert. Einige, die verkaufen die Fisch verkaufen kann. Es ist ein IOU für Geld, um zu reparieren. Ja... Jetzt hat die Frage, ich glaube wir brauchen irgendein Item dann, weil wir haben jetzt die Möglichkeit ein Item zu nutzen. Kitzeln mit der Feder. Hm... Was ist die Unterschiede zwischen einem Swabby und einem Muppe? Hört es. Du könntest gerne aufgeben. Ich habe alle Lachen gehört, die in diesem Welt ist. Kanzlerinnen, die Zeitlinie hat erreicht. Als niemand von euch lacht, ist die Kanzlerin ein Lachen. Bis zum nächsten Mal. Hm, wie bringen wir die zum Lachen? Also, wir können hier auf jeden Fall Holz reinmachen. Also, wir können hier auf jeden Fall Holz reinmachen. Willkommen, Ihre Majestät und Herr Trippwood, zum Kontest der Intelligenz. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can, and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers, and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts... Now. It's hopeless. I have no idea how to solve this algebra problem. I don't have the slightest idea how to solve an algebra problem. No funny business, Buster. No copying. Hmm. Time's up. I'll take your papers. Hmm. Hmm? No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Trippwood has around three straight lines and a squiggle. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Ich glaube, wir müssen irgendwie einen Luftstoß verursachen, damit ihr Blatt ins Feuer kommt. Ich weiß nicht genau, wofür wir den Eimer brauchen. Kann man da irgendwelche Füße reinmachen? Nö. Äh. Einen Luftstoß können wir ja auch so erzeugen. Hmm. Ich überlege gerade, was wir da hinten reinmachen können. Fällt da nichts ein. Ich versuche es mal ganz kurz. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen. Ah, schade. Ich habe nicht die kleinste Idee, wie eine Algebra lösen. Hast du den excellenten Feuer in der Feuerwehr gesehen? Ja, ja. Keine Kopien. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe noch keine Ahnung. Die zündende Idee ist noch nicht gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Queen Odina, Mr. 3, Queen Odina. Better luck. Die zündende Idee fehlt noch. Ups, das wollte ich nicht. I long. Ich werde das schnell machen. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Ich hoffe, es ist nur ein Schilder. Ich hoffe, es ist ein Schilder. Ich hoffe, es ist ein Schilder. Ich habe das nicht. Es würde... Okay. Oh, ich sehe den Schlüssel. Oh, ich sehe den Schlüssel. Ich habe mich überraschend. Ich habe die Geschichte in den Schlüssel. Ich habe mich überraschend gefragt, ob ich diese Geschichte in meinen Memoirs Lila weiß, was sie macht. Meine Mutter hat immer gesagt, eine gute Pizza nimmt Zeit. Das ist idiotisch. Sind Sie mir oder meine Mutter insultiert? Ja. Jetzt scheint das zu wertvoll. Okay. Zwei Schlüssel von fünf. Hm, Marketing-Experte. Ich weiß, wer der Marketing-Experte ist. Stan. Aber um zu Stan zu kommen, müssen wir irgendwie ihn dazu bringen, uns das Foto zu geben. Halt es! Sind Sie sicher, dass Sie nicht folgen? Wir sind sicher. Niemand ist immer 100% sicher. Hm. Es bringt ja nichts, wenn ich ja beides reinmache. Das würde ihm ja nichts bringen, wenn ich ihm was zeige. Ja. Ja doch, eigentlich ist er schon, weil... ... 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 Ich weiß, wie ich das zeige. Ich weiß, wie ich das Gerät für das Gerät für Monkey Island ist großartig. Good für dich, Kid. Die Zeit kommt zu schnell für uns alle. Du musst versuchen alle Sachen zu können, bevor es geht. Ich weiß genau, wo es ist. Ich muss nur auf fünf Golden Keys haben. Als ich sie alle, das Gerät wird, wird es mir. Mein? Easy there, Tiger. Du willst nicht anfangen, in den Wetter wie dieser. Du kannst solid, während du sprachst. Und dann, wo bist du? In einem Präsenzwerkcamp, mit deiner Höhle in deinem Gesicht, wie ein großartiges Blut. Vielen Dank für diese Bildung, Stan. Dieses Ort ist sicher kalt. Das ist, was Produktivität so ist. Ich denke, ich werde ein bisschen schlafen. Du möchtest dich, Junge. Ich glaube, die Fesseln haben bestimmt auch noch irgendwas. Irgendwas wird da passieren mit den Fesseln. Also ich glaube, der eigene Typ kommt ins Gefängnis, weil ich glaube, wir werden das Foto jetzt irgendwie von ihm bekommen. Er wird aber noch nicht gehen. Und dann zeige ich dieses Foto dem Richter. Und dann ist er am Arsch. Halt es! Bist du sicher, dass du nicht folgst? Wir sind sicher. Niemand ist immer 100% sicher. Und vielleicht will er Beweise vernichten dann, und wie er das Foto bekam. Ich denke, du bist in dieser Judicialenordnung in dem Fall gegen Stan S. Stanman. Ah! Was ist das? Nur ein Monat? Oh nein! Oh! Take these records! Get them to the courthouse on Bermuda. They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Stan will get 10 years at a minimum. I'd take care of it myself, but I've got to pack for witness protection. Oh goodness! Can I have the picture? Not now. I'm packing. Can I have the picture? Not now. I'm packing. Can I help you pack? I can handle it. Just take that evidence to the court on Bermuda. Weirdly, this island seems even smaller, now that there's no one here. So. So is it really. order, order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Your Honor, I submit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone V Stand. The evidence is so entered. Hmm. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. I can swear like a sailor, if that helps. Order. Order in the court. Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of- Statute 7, Section H, Subsection G, Parenthesis E. I see. And Section U, Parenthesis E, Parenthesis II, Subsection A, Parenthesis B. Okay. And Section S, Parenthesis D, Parenthesis F, Subsection U. I withdraw the question. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish vis-à-vis customs documents that your name is actually Guybrush Threepwood, Esquire. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept set documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. The court is adjourned. Hmm. Oh mein Gott. Das bringt mir, glaub ich, nix. Order. Order in the court. I will have order. Do not waste this courts time. Naja. War klar. Aber man kann ihm einfach alles geben, ne? Ne, okay. Also das hat auch was mit dem Foto zu tun. Wir müssen auch was mit dem Foto machen. Ich glaub das Foto bringt mir jetzt halt nix. Order. Order in the court. I will do not. Ne. Hmm. Jetzt müssen wir den Typen wieder finden. Na ist ein bisschen problematisch. Oder wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir neue Zolldokumente bekommen. Aber wir kriegen ja keine neuen Zolldokumente, das ist das Problem. Oh. Okay. Hmm. Ach was. Ah, ich weiß noch eine Sache, die wir machen können. Hey, Stan. Elaine and I could use some marketing advice. The Marley Foundation is trying to combat scurvy by distributing limes, but no one's willing to take them. I feel your pain, son. I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Hmm. Mhm. I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blather. It's a little dry. Well, it's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, no, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds. And minds have got to meet face to face. I'll let her know. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Ich weiß nicht, ob sie noch hier ist. Sie ist noch hier, okay. Oh mein Gott, ist sie Hermann dann hier auch hier? Hi. 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 How was Terra Island? How did you know I went there? You leave a bit of a trail sometimes. How come the picture of us on your desk was torn in half? Oh, yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the lime groves. I looked, but I couldn't find you. I see. Could you come to the ice quarry on Burra Bermuda to talk with Stan about your pamphlet? Oh, no. I couldn't possibly go there. Bad optics. He'll have to come here. It's a prison, though. Him not leaving is sort of the main idea. How long till he's out? A month. That's not so bad. Are you sure you can't come talk to Stan at the ice quarry? Absolutely sure. He'll have to come here. Okay. Love you. You too. Hmm. Das ist ein Problem. Oh. Aber er will ja nicht raus. Weil er nur... Ah. Okay, ich muss ihn zur Flucht bringen, indem ich vielleicht... Das Ding umschreibe. Ah, ich muss... Ich kann nicht umschreiben. Ich muss sie wirklich dazu verdonnern. Er muss verdonnert werden. Hmm. Er muss dazu verdonnert werden. Vielleicht ist er auf Melee Island. Mal schauen. Aber ob er hier ist. Und alles weitere erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.